Was geht ab? Gerade in Polen unterwegs. Yeah, was geht ab? Alex in Polen. Allein unterwegs hier. Ich bin nämlich gerade ein bisschen auf Inspirationssuche für neue Ideen für das nächste Jahr. Und da dachte ich mir, da kommt es doch mal cool, wenn man mal ein bisschen Deutschland verlässt. Und einfach mal andere Kultur kennenlernt. Und ja, klar. Gibt es natürlich hier viele Sachen zu sehen. Wie zum Beispiel so schöne Gebäude wie da hinten natürlich. Natürlich, was auch ziemlich geil ist, sind hier die Bushaltestellen. Die sind richtig cool. Pass auf, pass auf. Und zwar... Ja, das ist die Bushaltestelle. Da können wir auch gerne mal gucken, wann der nächste Bus fährt. Ja gut, weiß ich Bescheid. Ich habe keine Ahnung, wann hier ein Bus kommt. Der kommt hier einfach so und fährt es dann irgendwo hin. Aber wohin, das weiß, glaube ich, hier keiner so genau. Auf jeden Fall ist es hier ganz schön geil. Es kommen jetzt neue Lieder raus. Wir haben super krasse Features mit einem norwegischen Newcomer-Produzenten. Tinius oder Tinius, wie man ihn nennt. Des Weiteren noch Dark Dust ein Feature. Richtig geil auf Progressive House. Also das Ding ist mega geil. Meiner Meinung nach eines der besten Lieder, die wir je produziert haben. Seid gespannt, Alter. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, wenn ihr endlich mal liest. Wer nicht denkt mal so Dezember? Na. Oder Januar. Erst mal ein paar Sachen sammeln und dann geht es weiter. Ciao. WDR 2 Untertitelung des ZDF, 2020